So, wir steigen gleich in die nächste Geschichte. Ian ist am Start. Mit Eva ist er unterwegs. Ein Oldtimer-Schild vor dem Engel auf dem Fisch. Ist das nicht Mr. Columbus Auto? Auf jeden. Shiree sagt Goodbye. Und Philipp mit dem langen Bord hat keine Zeit. Gussi nimmt das mal Platz auf dem Sofa. I give my two cents worth now. Ja, ich sehe gerade, dass jemand eine Straftat begangen hat. Er hat ein Blatt aus diesem Buch herausgerissen. Nein, Gussi, schreit eine Stimme. Er hat einen Berg gemalt. Schau doch mal richtig hin. So, wir gucken uns das mal an. Zack. Ein Bild wurde gemalt. Es ist ein Berg. Mal schauen, was diese Berg zu betrachten hat. In der Tat. Da sehe ich Johann Gussi auf dem Longboard. Und wer runterrollt. Und ohne sie fährt sogar berghoch. Und schon ist I und da. Freude strahlend. Kommt herein. Wir freuen uns über so viel Energie. Und ich bin dran mit dem geistigen Gedanken. Für nächste Woche. Ich freue mich schon drauf. Zu nice, Dinka. Zu nice.